Mit der Entwicklung der 8000er Serie und ihren abgerundeten Gehäusen lag es nahe, einen Standfuß für die einfache Aufstellung dieser Monitore zu entwickeln. Der resultierende Isopod-Standfuß bietet in vielerlei Hinsicht eine perfekte Lösung. Zusätzlich zu seiner Funktion als Tischfuß eliminiert er Klangfärbungen durch Entkopplung des Monitors von seiner Standfläche. Außerdem ermöglicht er eine leichte vertikale Anwinklung, um die akustische Achse des Monitors auf den Höhepunkt auszurichten.